Nachdenkseiten. Aber was für einen Rechtskontext beispielsweise, wenn die hier in Rostock Straftaten betreten würden oder gehen würden, was wäre dann sozusagen der Rechtsrahmen? Das ist relativ einfach, da ich ja weiß für wen und warum sie fragen, kann ich Ihnen das gerne beantworten. Es ist keine NATO-Struktur, es sind Soldatinnen und Soldaten, die unter deutsches Kommando hier im Quartier gestellt werden und gemeinsam mit allen anderen Partnern auf dem Rahmen, auf der Basis internationalen Rechts, diese Headquarter-Arbeit gemeinsam erledigen. Aber die Frage war ja, welches nationale Recht würde greifen bei diesen Soldaten, wenn sie Straftaten begehen? Deutsches Recht oder in dem Fall dann schwedisches, polnisches? Ich kenne die Statuten jetzt nicht genau, aber ich gehe davon aus, nationales Recht. Können wir aber gerne nochmal nach Ihnen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020